Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karfshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Puckdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Verschütze! Das hier war ein Befehl, das war ein Befehl, das war ein Befehl! Oh, meinst du, das ist einfach gelogen! Der Minister hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus und nie das terrestliche Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Ist das Feiglinge? Verreißer und Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheimlich! Die Generalität ist doch geschmeißt des ganzen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär-Malazone nur behindert! Es hat mich jeden Tag nur als Wettbewerb... Widerstand! Ich hab weggelegt! Ich hab der Kump daran getan! Und jahrelang alle Hörer-Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war lieber von der Akademie. Und doch hab ich allein, allein aus Mist gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheurer Verrat der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch!